Wer sich beim Garmin Edge 810 die Systeminfos anschauen möchte, geht einfach hier auf Einstellungen, dann auf System und hier mit diesem kleinen Pfeil etwas weiter runter und geht hier auf Infos. Dort steht dann die Softwareversion, Geräte-ID und wer teilweise noch mit an der Erstellung auch der Software mit beteiligt war. Das war es schon, einfach wieder zurück gehen und fertig.